Willkommen zurück auf meinem Kanal. Van Dorn in die Formel E? Da der Belgier keine Chancen sieht, in der Formel 1 zu bleiben, könnte er in die vollelektrische Formelserie wechseln. Angeblich ist der Favorit als zweiter Fahrer neben Gary Peffitt bei HWA. Für ihn ist die Formel E ein ernstes Thema. George Russell wird Williams-Stammfahrer. Heute hat der britische Traditionsrennstall seinen neuen Fahrer für die nächste Saison bekannt gegeben. Neben Russell waren auch Makalov, Ocon oder der derzeitige Fahrer Sirotgen-Kandidaten für das Cockpit. Wer sein Teamkollege wird, ist noch unbekannt. Russell hat bereits im letzten Jahr für Force India in Brasilien und Abu Dhabi und auch dieses Jahr für Mercedes in Frankreich getestet. Er hat bisher die britische Formel 4 im Jahre 2014 gewonnen, wurde 2016 Dritter in der Formel 3, gewann letztes Jahr die GP3 und ist in diesem Jahr auf dem besten Wege, die Formel 2 zu gewinnen. Es sind Stand jetzt nur noch zwei Plätze frei. Das Williams-Cockpit und das Toro Rosso-Cockpit. Bei Force India wird die Fahrerpaarung wohl per Restroll sein. Und jetzt stimmt mal oben rechts in der Infokarte ab, ob Russell für Williams der richtige Fahrer ist und schreibt mir eure Meinungen zu den einzelnen Themen in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.